Die Motto kämpft gegen die Scheibe, rackert sich ab. Man öffnet ihr die Tür ins Freie, doch sie flüchtet zurück in die Tiefen des Zimmers. Die Wahl hat man immer, auf das wir uns trotz dieser Angst unserer Tatkraft erinnern. Dann herrscht trübes Wetter in meinem Kopf, hält es mich so oft davon ab, raus in die Sonne zu gehen. Manchmal entsinne ich mich dem Licht, das mich befreit und wenn es sein soll, hinaus in den Regen treibt. Doch es scheint mir, als ob ich das gerne vergesse und morgens einfach liegen bleib. Meine Gliedmaßen streiken von Zeit zu Zeit, weiß es eigentlich besser, verschiebe den Vorliegen nach. Meine Sicht im Minutentakt und ich glaube, ich verliere dieses Spiel. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein Beauxland. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.